Wenn ich in den letzten Jahren einen großen Fehler gemacht habe, ist es, dass ich regelmäßig aufgehört habe zu lesen. Denn ich bin immer wieder an ein Buch geraten, was langweilig war, was zäh war und dann habe ich so die komplette Lust am Lesen verloren. Und es braucht dann immer relativ viel, um das Ganze wieder hoch zu wahren. Aber in den letzten Wochen bin ich über drei Bücher gestolpert, die mir empfohlen wurden, die plötzlich in meinem Feed aufgetaucht sind, die ich dann gelesen habe und dachte, krass, wenn ich diese Bücher ein bisschen früher gelesen hätte, will ich nicht wissen, was es mit meinem Unternehmen gemacht hätte. Welche drei Bücher das sind und warum es sich lohnt, die direkt zu bestellen und zu verschlingen, werde ich dir in der heutigen Folge verraten. Bevor wir heute starten, erste Frage an dich. Hast du in letzter Zeit ein gutes Buch gelesen, was du mir und anderen Leuten absolut empfehlen würdest? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer auf der Suche nach guten Büchern und bin für jeden Buchtipp dankbar. Aber ansonsten, wenn noch nicht geschehen, gerne das Video liken, würde mich unglaublich freuen, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Und jetzt springen wir direkt in die Folge rein. Das erste Buch ist tatsächlich so gut, dass ich das Gefühl habe, dass befreundete Unternehmer es von mir geheim gehalten haben. Denn tatsächlich gab es so einen Moment bei einer Mastermind in Barcelona, wo ich eingeladen war, wo Anton, ein Freund von mir, immer wieder von Rocks gesprochen hat, also von Steinen. Und ich dachte immer mir, was will er mir erzählen? Und ein paar Monate später wird mir von Daniel Bittmann das folgende Buch empfohlen, Traction. Und was lese ich dort? Dass sozusagen die großen unternehmerischen Aufgaben dort als Rocks beschrieben werden. Und ich dachte mir, wie konnte Anton dieses Buch gelesen haben? Und ich will nicht wissen, vor wie vielen Jahren bereits und mir nicht davon erzählt haben. Und das bringt mir tatsächlich zu diesem ersten Buch Traction. Und ich finde es so gut, dass ich es wirklich am liebsten geheim halten würde. Also behalte es für dich. Was macht dieses Buch so unglaublich gut? Und zwar kommt man unternehmerisch immer in diese Phase. Man stellt Mitarbeiter ein, man boardet sie on, man versucht sozusagen Organigramm zu bauen und natürlich diese Mannschaft irgendwie zu führen. Und das ist gerade so von 0 bis 10 Mitarbeitern doch ein ziemlich bunter Hühnerhaufen, kann man sagen. Und häufig ein ziemliches Chaos. Und was mir immer gefehlt hat, ist wirklich ein sauberes Framework, also eine Struktur, an der ich mich irgendwie orientieren kann, wie man sein Unternehmen zu führen hat. Und vor allem das Ganze auch operativ. Ich habe das Gefühl, zum Thema Leadership gibt es relativ viel, also wie man wirklich mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Aber wenn es wirklich darum geht, Organisationen aufzubauen, muss ich sagen, habe ich heute relativ wenig Lektüre irgendwie gefunden. Und dann habe ich ein paar Freunde noch angepingt, nachdem ich die Empfehlung bekommen habe, welche Tipps und Tricks sie haben, welche Bücher sie empfehlen können. Und alle haben plötzlich Traction erwähnt. Und ich dachte mir so, so ein Mist, hätte ich das mal früher gelesen. Das bedeutet, wenn du wirklich irgendwann vorhast, ein Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen oder vielleicht schon die ersten Leute hast und ein bisschen Struktur in das Ganze bekommen willst, dann kann ich dir uneingeschränkt Traction empfehlen. Ich kann wirklich nur sagen, behalte es für dich. Weil am Ende, sie haben es geschafft und du siehst, ich habe hier gefühlt eine Million Eselsohren. Der Autor hat es geschafft, nicht nur strategisch es unglaublich gut zu erklären, sondern mit zahlreichen Tools, Übungen, das Ganze auch wirklich operativ runterzubrechen. Und bis runter wirklich zu Meetings, die man wöchentlich halten sollte, die man täglich halten sollte, die man quartalsweise halten sollte und die man jährlich halten sollte. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die absolute Geheimwaffe, wenn man mit seinem Unternehmen wachsen will und gerade dran ist, wirklich eine gute Struktur für sein Team zu bauen. Buch Nummer 1, erzähl es niemandem weiter. Buch Nummer 2 ist plötzlich in meinem Feed aufgetaucht und es würde mich wundern, wenn du nicht auch darüber gestolpert bist und zwar 100 Millionen Leads von Alex Homozi. Ich glaube, mit dem Buchlaunch hat er gefühlt das ganze Internet gebrochen. Ich glaube, über 500.000 Leute waren bei dem Kick-Off-Event dazu online und haben sich seine Präsentation dazu angeguckt. Und wenn noch nicht bestellt, dann unbedingt bestellen, weil tatsächlich Alex Homozi es unglaublich gut hinbekommen hat, ein relativ cooles Framework zu bauen, welche Möglichkeiten es gibt, im digitalen Zeitalter wirklich Leads zu bekommen und das auf kontinuierlicher Basis. Und das Verrückte ist, dass er nicht nur ein gutes Framework hinbekommen hat, also eine gute Struktur, sondern auch wirklich runter geht bis hin zu konkreten Formulierungen, die sie über die Jahre perfektioniert haben. Sein organisches Framework sozusagen oder das Framework, um Leads zu bekommen, beinhaltet Direktnachrichten, warm und kalt. Das sind zwei Möglichkeiten. Dann natürlich das Thema Content, was er auch am meisten spielt und wir auch. Und dann gibt es natürlich noch bezahlte Werbeanzeigen. Aber für jeden dieser Quadranten hat er wirklich die perfekten Formulierungen, wie man wirklich Leute warm anschreiben kann, wie man sie kalt anschreiben kann, wie man gute YouTube- und Podcast-Folgen erstellt, wie man LinkedIn-Content macht und zeigt dir auch noch, wie bezahlte Werbeanzeigen funktioniert. Und dann geht er noch auf die andere Seite und zeigt, welche Multiplikatoren es gibt, die für dich dann Leads einsammeln können. Das können deine Mitarbeiter sein, das können Affiliates sein, das können Agenturen sein und das können deine Kunden sein. Und auch da habe ich das Ding verschlungen und dachte mir so, vieles davon, so nachdem ich es gelesen habe, es ist klar, aber so krass formuliert, dass man es direkt implementieren kann. Also das bedeutet, wenn du noch weiteren Input brauchst, um Leads zu bekommen, nicht nur meine Folgen dir angucken oder ansehen, dieses Buch unbedingt bestellen. Gibt es, glaube ich, mittlerweile jetzt auch bei Amazon. Lange Zeit war es nur im Job. Und das Verrückte war, dass ganz viele befreundete Unternehmer das schon alle vor mir gelesen hatten, also wirklich nur auf das Veröffentlichkeitsdatum sozusagen gewartet haben und das direkt verschlungen haben. Und insofern, glaube ich, wird es wirklich den Standard in der nächsten Zeit setzen in der Vermarktung und wenn noch nicht gelesen, unbedingt bestellen. Gerade wirklich, dass er so konkret runtergeht und alles erklärt, ist echt, kann man nur sehr, sehr dankbar sein. Und du siehst auch hier wieder 1000 Eselsohren, also wenn noch nicht bestellt, gerne bestellen. Kommen wir auch schon zu Buch Nummer 3 und ich glaube, das ist das Buch, was am meisten Impact dieses Jahr unternehmerisch auf mich hatte. Die anderen zwei waren schon krass, aber dieses Buch wollte ich wirklich für mich geheim halten, aber weil du hier treuer Abonnent bist, werde ich es dir verraten. Denn es ist gar nicht so einfach, dieses Buch zu finden. Es wird am meisten über Werbeanzeigen promotet. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Amazon gibt und zwar The Linchpin von Russell Brunson. Und ich weiß bis heute nicht, was The Linchpin heißt. Ich glaube, ich muss das nochmal googeln und nachgucken und insofern war es auch so, keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe mir selbst geschworen, immer wenn Russell was Neues rausbringt, bestelle ich es und habe das auch hier wieder getan. Und am Ende ist Russell der Gründer von ClickFunnels, der Software und sie haben es geschafft, in drei Jahren auf über 100 Millionen Dollar zu wachsen. Ich will gar nicht wissen, wo sie mittlerweile sind. Und er sagt, ja, Funnels waren ein Grund dafür, warum sie so schnell gewachsen sind, aber in dem Buch zeigt er, was sie zusätzlich getan haben, auch im Hintergrund, um das möglich zu machen. Und tatsächlich haben sie ihre Angebote, haben sie da einen Trick gemacht, der alles verändert hat. Sie haben nämlich alle Angebote in wiederkehrende Zahlungen überführt. Das bedeutet, selbst der kleinste Online-Kurs bezahlt man auf monatlicher Basis. Jedes Coaching-Programm sind wiederkehrende Zahlungen, wenn die Leute sozusagen drinbleiben wollen. Beratung, Software und auch Agenturleistung, alles in wiederkehrende Zahlungen. Und das Verrückte daran ist, dass das natürlich dafür sorgt, dass man jeden Monat Cashflow hat und dass man eine unglaubliche Sicherheit hat. Und meistens auch jeden Wettbewerber langfristig dann natürlich outspenden kann, also mehr Geld in Marketing ausgeben kann, weil man an dieses solide Fundament hat. Es gibt ein Kasus, Knacksus da dran, denn neben Live-Events zu vermarkten, also ein Workshop vor Ort oder so, sind Abos das Schwierigste zu vermarkten. Und das durfte ich in den letzten Wochen und Monaten auch lernen, dass da verdammt viel dazu gehört, dass Leute sich wirklich auf ein Abo oder eine wiederkehrende Zahlung einlassen. Wenn man das aber geknackt bekommt und das haben wir sehr erfolgreich mit unserer Social Leads Academy hinbekommen, hat man verdammt viel Spaß, weil man kann zum einen für die Kunden einen unglaublich guten Job machen. Ich freue mich jedes Mal, da die Leute auszubilden, gute Workshops zu halten und ihnen unsere besten Inhalte an die Hand zu geben. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich cooles Fundament, weil man ganz genau weiß, was jeden Monat mindestens an Umsatz reinkommt. Natürlich hat man ein paar Absprünge nach unten und auch ein paar Peaks nach oben, aber man kann deutlich ruhiger schlafen. Und ich habe in den letzten Monaten wirklich dieses Buch verschlungen. Du siehst die ganzen Eselsohren hier, gefühlt ist jede Seite ein Eselsohr. Und das sind auch die drei Bücher, die bei mir den ganzen Tag auf dem Schreibtisch liegen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich komme jetzt dahin, wirklich die Sachen, die er hier beschrieben hat, nach und nach umzusetzen, richtig gut da drin zu werden. Aber ich glaube wirklich, im nächsten Jahr wird dieses Buch für gefühlt das Raketenwachstum sorgen und die Grundlage dafür. Und insofern, wenn du wirklich dein Marketing nochmal auf ein anderes Level heben willst, bestell dir unbedingt dieses Buch. Das waren die drei Bücher und die absoluten Highlights in diesem Jahr. Abseits davon habe ich natürlich zahlreiche weitere Bücher gelesen, aber die drei liegen auch wirklich jeden Tag auf meinem Schreibtisch. Ich gucke jeden Tag gefühlt da rein und habe mir nicht nur mein Business dieses Jahr gerettet, sondern auch für gutes Wachstum gesorgt. Und ich wünschte, ich hätte das ein oder andere Buch davon früher entdeckt. Wenn du die also noch nicht gelesen hast, tu das Ganze. Und wenn du eine Buchempfehlung für mich hast, ein richtig gutes Buch, was du in den letzten Monaten gelesen hast oder Jahren, schreibe es gerne in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig freuen. Wie gesagt, freue mich immer über gute Buchtipps. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.